Urdhva Mukha Upavishta Konasana ist die seitliche Grätsche im Sitzen mit Beinen oben. Sitze auf dem Gesäß und gib die Beine nach außen. Du schaust dabei leicht nach oben, deshalb heißt es Urdhva Mukha nach oben schauend. Deine Wirbelsäule ist aufgerichtet, Upavishta, und die Beine sind im Winkel. Die Stellung entwickelt Gleichgewicht, vorwärtsbeugende Flexibilität und Grätschflexibilität gleichzeitig.